1 Hi und herzlich willkommen zurück bei leon x mit einer neuen folge dead by daylight und ich spiele wieder kill your friends Und ihr seht ja gerade der rocko ist als erstes dran Ist doch dein erstes video das du aus der killer perspektive aufnimmst, ne? Ja Ich bin echt gespannt, aber ich bin so schlecht als killer Mach dich nicht schlechter als du bist, Curry Tobi Äh, Kareman Äh, Kareman Ach Tobi, ja, Tobi Wollt ihr irgendeine spezielle Map haben? Quack Äh 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 Ja Krotospen wäre nice, Krotospen wäre auch nice 23 verschiedene Maps Kannst du welche auch rausnehmen? Nein W.: Nehm Weißt du jetzt noch den Zufahrtsgenerator irgendwelche rausnehmen, ne? Geht nicht Jaa W.: Bitte nimm das Spiel raus Ja das wär so ... W.: 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 ich kann hier keine rausnehmen geht nicht entweder alle oder eine dann nur eine map zwar wie gesagt schwankst du zwischen krotos pen und mutters behausung nein mach mach randum machen wir es auf die langweilige art machen wir es auf die langweilige art wieso langweilig wenn ich etwas im chat schreibe kann das rocco dann lesen ich weiß es nicht doch doch sollte der killer kann das ja auch lesen was schreibst du denn hallo scheiße sonst würde ich hallo also jungs ihr wisst was ihr nehmen müsst als opfergabe jetzt oder ja lila danke ich hab brot hallo 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 ok ich weiß was wir nehmen nein nein weißt du nicht ready to come from ready to go ready to come from cut my toe Rodego! 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 Nein! Ich lau' da! Standejo! Sword Disco! Ah! Scheiße, das hebt man jetzt auf! Aber den Nebel nicht! Nein! Das hebt seins auf! Meins wurde doch gerade verbrockt! Und seins wurde weggeworfen! Das war... Stimmt, aber hast du gar kein rotes genommen, Rocco? Hä? Das ist doch auch für Dunkelheit! Was? Nee, bei mir stand es halt modlich! Eben! Das hebt sich eigentlich auf, aber meins wurde verbrannt und deins wurde weggeworfen! Ja, Alter, mich schon! Genau, genau! So habe ich es auch gesehen! Hä? Alter, das ist dunkel! Das ist echt dunkel! Nee, ist saudunkel! Ja! Scheiße, ich bin dein Liebling! Oh Gott! Hast du einen Entscheidungsschlag drin? Nee! 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 Ja! Ja! Ich sehe dahinten! Ich weiß nicht warum! Ich hab da gerade immer mit dem Drax zugebracht! So, der hat auch alles aufgefasst und alle Mühe ausgepackt! Ich hab nichts gesehen, was ich verraten könnte! Ich hab nichts gesehen, was ich verraten könnte! Okay! Okay! Ah, okay! Leon, wo bist du? Ich hab mich versteckt! Im Schrank? Ja! Nein! Hab ich nicht, meine ich! Ja, irgendwo hab ich mir irgendwo gelogen! Ich hab gelogen! Gute hin! Ich hab' mir nachher deine Aufnahme! Ja! Kannst du ruhig machen! Hä? Wieso bist du denn seine Katze so schnell weg? Ja! 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 Ähm... Entschuldigung! Das Spiel packen nur ein bisschen... Du spielst aber gerne an den Geist, ne? Jaaaa, das bin ich gerne anscheinend! Ja, mit dem anderen kann ich nicht umgehen! Der Geist ist auch ziemlich easy! Ja, der Geist kann's auch nicht umgehen. Boah! Ob wir ab und zu... Wenn man so die alten Aufnahmen so guckt, wo du die geilsten spielst, da hast du auch nicht gekriegt. Da kannst du! Je gekriegt es. Aber vielleicht kriegst du es ja nicht besser hin. Auch was für dich. Für uns nicht, auch für dich. Versteckst du ihn. Und dann wird es weg. Und ich auch. Tschüss. Tschüss. Mann! Wo bist du wieder? Ich bin weg. Ich habe mich teleportiert. Da bin ich! Nee, da bist du nicht. Eigentlich schon. Ja? Ja, das war gut. Ding, ding, ding! Kling da! Kling, klöckchen! Kling, klöckchen! Kling, klöckchen! Kling, klöckchen! Ach du! Spimmelwege! Juhu, Geiste! Ah, ne, gell. War da grad ein Handy rum? Also meins war's nicht. Ich seh da hinten, ganz weit hinten, hab ich da jemanden laufen sehen, dass wir so... Hinter dir ist Sunshine. Jaaaa. Hallo. Hallo. Ne, ne, ne Mech, da ist ja der Leber Mech. Können wir mir fast schon schenken. Also meine Wille können wir fast schon schenken. Wann, wo seid ihr? Ich hab' mir einen Entscheidungsschlag hätt' ich mir schenken können. Okay, ich bleib' speisbar von euch bis. Nicht ins große Haus. Geisterlob! 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 Das ist umgekehrte Psychologie bloß nicht ins große Haus, weil da überhaupt nichts mehr ist. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's doch nicht! Oh Gott, das will ich! Heute bin ich immer schnell leicht zu erschrecken. Also an alle Leute daraus, macht doch mal bei den für euch scary pranks. Nee. Oh Gott. So Leute, die so schnell aus dem Bild rausgesprungen kommen. Ja, in meinem Zimmer, weißt du. Nee. Oskar, bist du's wirklich? Alle haben immer einen X2 gesehen, aber ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Da ist irgend so ein grüner Penner, der mein Müll durchmüllt. Schade. Schreib mal da, wo du bist, ne? Wie ist doch mal der Cousin von ihm, der auch in so einem Fass liegt. Oh Gott, keine Ahnung. Rumpel! Saar-Syndrom! Saar-Syndrom! Ja, genau! Klick, klack! Ja, ich komme zu dir, ne? Ja, ist klar. Ja, weil du Killer. Nein! Doch! Verdammt! Kannst du mal stehen bei dem Leon? Komm! Steh doch! Piep, 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 piep! Ja! 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 Wollt doch mal Entscheidungs-Schlokie rufen. Egal. Regenbogen, Leute! Regenbogen! Tschüss! Der Regenbogen! Der Regenbogen ist offen. Aber ich muss leider raus. Geistel war hinter mir her. Ja! Ja! Äh... Ich küh! Äh... Ich küh! Et küh! Et küh! Et küh! Et küh! Et küh! Geistel! UAH! Alter! Alter! Daneben! 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 Muss man besser! Geleben! Äh... Daneben! Daneben! Bist du unschöner? Alter! Legge die Legge! Ja! Bei mir auch! Daneben! Tschüss! Hehehe! Mano! Der andere ist auch so gut wie auch! Musst du noch einmal kurz ans Anzeigen! An Schalter greifen und... Ja! Ja! Das war nix! Ich möcht mich zuschauen! Wann ich hab mehr Punkte als du? Okay! Was? Du bist ja auch länger vom Killer weggelaufen und du warst ja auch länger am Generator! Ne gute Frage! Generator! Ich hab Generator! Dann gehen wir mal ran vor! Da hast du doch das rote Zahnrad drin! Ja! Das rote Zahnrad drin! Hä? Äh... 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 Bin ich rausgeflogen? Äh... Oh! Ja! Verlass mich! Ja! Weil ich dachte ich bin der Horst! Ne, ich bin der Horst! Ja, okay du bist Horst! Dann bist du nur wie die Welt und Marius Günther! So! Wann? 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 Ja, ich winste was, wird liberiert! Wann? Ja, Amb? Wann? Wann? Ich hab jetzt gerade einmal die Opfergabe nochmal gewissen! Ja, ich wies nicht, was der als Pirgen geben soll! Wann? Möcht doch nicht immer mal relativ einig! Die haut auf die Füge, obwohl der schmackt übernacht. Hm. Oje, gar nicht. Oje, oje, oje. Das war's bei ihm nicht. Bei ihm nicht in mir. Eben. Ah, ich tu das kurz im Reinen vielleicht. Kriegt der ja mich halt doch. Du du. Ich bleib dabei. Bleib dabei, dat is Kreeva. Das nehm ich dir. Äh, oh komm mal. Den Geist? Klar, es wäre gut für den Licht-Ozien. Entschuldigung. Ich mach das gerne. Das merkt man. Auf und zu kann ich meine Klappe nicht halten, das tut mir leid. Leid. Das nur kitzelig sein, hätt ich dir glaub ich damals auch nicht erzählen sollen. Hahaha. Das sollte mir keiner erzählen sollen. Leo meint hier ja gerade nur, dass er nicht kitzelig ist. Da bin ich mir nicht ganz... Ne? Das werfen wir rausfinden. Du, da kann ich nicht mehr raus. Eher Käse. Ich mag vielleicht nicht so. Aber vorher noch so Hähnchenschnitze gegessen. Was los? Nix. Ich frag mich nur meine Kinder-Entreide. Oh. Jetzt. Werden, wir haben wieder Schrottplotts als Map. Das würde mich gar nicht mehr wundern. Ja. So, da will ich mir das jetzt. Ui. Ah, fauligerweise. Ich weiß, was das andere ist. Was sich nicht umgedreht hat. Ach so. Hm. Was denn? Also wir kriegen gleich 400 Punkte. Geld. Ich bin schon wieder Liebling. Bei Mario. Ach wegen Entscheidungsschlag. Sunshine. Ja. Ah, da. Ah. 400 Punkte. Ah. Ah. Die Frage ist, wer ist er denn? Trapper. Komm genau auf mich zu und er hat einen Fluch. Wieso? Wieso? Was denn? Dein Fluch hat grad meinen Werkzeugkasten aufgelöst. Was? Ich hab das rote Zahnrad drin gehabt. Ich hab das rote Zahnrad drin gehabt. Sunshine, du hast gesehen wo, oder? Ja. Okay. Was sind das für komische Geräusche? Das war das Toten, das gerade gelöst wurde. Also der Fluch. Achso. Das Flüschelchen. Scheiße. Das war's. Aber ich werde nicht mehr fahren. Ich werde nicht mehr fahren. Ach. Fy... Ja, ich konnte nicht rennen, wegen der... Oh! Was? Er sagte, oh! Ich hab einen Entscheidungs-Schlag gemacht! Verab... Was? Ich hab den Sohn getroffen und wieder... Also fokussiert das nicht! Aber das war doch bei mir auch mal gewesen, obwohl da war ja alles komplett irgendwie verbuggt... Hecker... Ich hab auch heute eben kurz die Cheats gegoogelt... Excuse me? Ähm... Trap zwischen den Paletten... Was? Camper? Nein, ich wollte weggehen! Schwerver muss doch gar nicht capten! Das hast du doch gar nicht nötig! So... Mäh! 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 Der hat ne Archie! Der hat aber boh! Lauf, Nika, lauf. Lauf ja schon. Warum? Meh. Ich mach das auch nicht. Vor allem das Entscheidungsblatt nicht gewirkt hat. Vielleicht mach ich da irgendwas falsch. Ich hab's getroffen. Aber irgendwie... Nein. Das gibt's noch nicht! Wow, Rocko. Wow. Was hat der gemacht? Na, ich hab keine Palette hier. Da kriegt er mich. Ok, dieати cursor läuft schon besser. Ich bin immer noch stolz auf meine Hexe und Schweinchenrunde, die noch nicht draußen ist. Ja, ganz ehrlich. Tschüss Rocco! Tschüss! Gätsch! Wer war das? Oho! Hihihi! Hallo! Für irgendein Generator da? Na, Mann! Mach du! Mach du! Okay. Mario, wo bist du? Ne, sag nicht! Sag nicht! Sag nicht! Mensch? Ja. Ja. Okay, sag was du? Ach, du hast dich selbst gehalten, okay. Ach, scheiße. Run! Run! Ja. Ja. Ja, du hast dich, Junge. Ey, ich hab' Schiri da! Gib mir den! Junge! Junge war es knapp. Ja. Ich hab' den Windzug in meinem Nacken gespürt. Boah, Junge macht's Machete. Was macht's Machete, Junge? Ich mach' ein Messer auf, oder? Ich schrei's für euch alle ohne Shampoo. Ja, ne, mit Shampoo. Arme nach Gold. Ich hab' den Baum in die Buh. Ich hab' den Baum in die Buh. Wow. Ich hab' den Baum in die Buh. Ich hab' den Baum in die Buh. Ich hab' den Baum in die Buh. Das kann sein, ja. Knutsch! Knutsch! Es war'n Huss. Trap! Trap, Trap, Trap! 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 Halt! Du bist wütend, ja, wütend! Nika, nicht provozieren Sunshine, bitte, reiß dich diesmal Okay, tschüss 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 Mano Aber wenigstens habe ich ein paar von euch erwischt Noch zwei von uns, du hast einmal Sunshine erwischt und dann hast du auch mich erwischt Und den Leon habe ich fast noch Hast du mich nicht gesehen? Das ist mich total erschrocken, wir sind alle hier, hallo Hallo, eh hallo Okay, das gut Mit Enten Gang Mein Name ist Alfred Yudoku's Quack Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich Platsche, Platsche wieder! Wasser packt doch jeder! Geht doch mal da raus! Warte, wie lang ist das hier? Aber dein Entscheidungsstank hat echt nicht funktioniert! Nee! War für's ein bisschen... stutzig! Das ist Mario und Josef! So, damit ist auch diese Folge vorbei! Da ist er ja wieder! Der einsame Wolf! Ja! Au! Ah Quatsch! Ah Quatsch! Oh Mann! Der einsame Krokodil, nicht der einsame Wolf! So, also! In der nächsten Runde müssen wir ausgeschnobeln, wer dran ist! Und ja... Ich würde sagen, das war wieder lustig! Ja! Ja! Ich denke mal, das Witzige ist ja, man kann jedes einzelne Video, beziehungsweise bei jedem einzelnen aus deren Perspektive jetzt gucken, weil wir alle aufgenommen haben. Und dann wissen wir später alle, wer ganz genau warum gelacht hat! Ich freu mich jetzt schon auf die verschiedenen Bildansichten! Mhm! Oh ja! Alles klar! Also, ich hoffe es hat euch gefallen! Wenn ja, lasst allen von uns einen Daumen hoch! Daut auch ein Abo! Schaut bei den anderen vorbei, wenn ihr das aus deren Perspektive sehen wollt! Erst recht viel Mika, er war am proposieren! Er war dann wieder sehr! Ja, jetzt zum Ende! Ich war zusammengehalten! Und ja, dann sage ich aber, bis dahin, wir sehen uns, ich wünsche euch was! Ciao! Ciao! Peace! Peace! Peace!